mit diesen worten begrüße ich euch zurück zum nächsten video von let's play uncharted 2 auf der playstation 3 belagerung genau armbrust gegen diese viecher gegen die wieder gekämpft haben da ist die armbrust tatsache eine ultra effektive waffe ansonsten ist man so ungefähr auf zwei magazine angewiesen die wieder rein Geh gleich! Buchen Sie auf den Kopf, bringen Sie auf, hey! Oh Mann! Ähm... Wer schießt denn da? Buchen Sie auf den Kopf, geh'n! Hh! Headshot, baby! Okay. So, was habt ihr denn hier alles fallen lassen? Nichts. Das ist aber nicht nett. Das ist aber nicht drühen. Die Hände hinterher. Die Hände hinterher. Der Hände hinterher. calculated Alter, ich zieh aufs Maul, aufs Maul jibs jetzt. Headshot. Äh, wo sind sie denn, die bösen Jungs? Hau! Hau, mach jetzt. Was ist das? Oh, oh, oh. Ja, ich erinnere mich. Jetzt kommt gleich, gleich, gleich geht's los. Ah ja. Tenzin, na dann machen wir die Tür hier auf. Ah ja. Hä? Glänzt dir doch irgendwas? Ach so, das war nur... Ich sehe sie. Voll in die Eier. Dann runter musste ich, glaub... Okay. 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 Nee, Kashi will ich nicht, die ist ein bisschen ineffizienter. Mann, Nathan, lass doch einfach los. Einfach loslassen. Ist jetzt nicht so knifflig. So, was haben wir denn hier drin? Nee. 14 Schuss. 14 Schuss ist ein bisschen wenig. Nicht. So, was haben wir jetzt hier? Er hat auch wieder nur Kashi, ne? No. 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 Hä? Oh, nicht wieder. Oh. Oh. Oh, nein! Oh, nein! Oh! 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 ledig auch will ich nicht auch wenn es spaß mit dem minigun durch die gegend zu heizen genau wie wollte ich so wir schießen das war aber nicht der bösewicht mit dem raketenwerfer hier den ziehen die sowieso unsterblich mann 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 der hat einfach schleiß an leuten der ruße kasachstan oder worum er herkommt ich muss hier runter was denn das für ein sack jetzt bitte nicht wieder von oben nein leck mich doch am arsch ich sei mein schatz den ziehen was machst du da bist du irgendwie war ich helfe dir witzig ja die gau ist ganz praktisch gegen diesen typen da aber da schmeiße ich über eine granate rein ich würde mal hier war ich schon ne so jetzt habe ich es vergessen wo war denn der hansel hier jetzt woher schießen hier Achtung! Miktar! Raidu! Und wo war denn der? Kennst du ihn ja mal aus dem Weg hier? Why are you leaving? Why are you leaving? Stormy, we have to have to go home. Do you have to go home? Why are you leaving? What do you want? Ich habe ihn mit ihm gelegt. Ich habe ihn mit ihm gelegt. Ich habe ihn mit ihm gelegt. Nee, irgendwie sollte es die hier in Deckung gehen, aber das geht auch so. Oh, schreie! Oh, schreie! Oh, schreie! Oh, schreie! Oh, schreie! Oh, schreie! So, wo schießt denn, ist es? So, wo schießt denn, ist es? So, wo schießt denn, ist es? So, da war glaube ich der Sack drin, hier ständig mit seinem Schild. Arschloch! Achso, das war Tintzin. So, was haben wir hier? Schrotpistole. Wie uninteressant. Schäfer, du alte Nazi-Sau! Oh, Mist! Spring! Spring! Was soll denn jetzt der Panzer? Das wird ein Graus. Ich sag's euch. Denn dieses Video ist jetzt aus. Und bevor wir noch schlechtere Reime kommen, beende ich das ganze Elendchen mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video gleich wieder. Bis denn! Tschüss! 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 Tschüss!